hallo ihr lieben und willkommen bei einer neuen folge let's play house party es wird wieder sehr lustig denn in der letzten folge habe ich damit angefangen mit der guten kathrin zusammen fake sms an rachel zu schicken und es kommen ja jetzt noch ein paar hey kathrin du willst mir doch bestimmt noch mal helfen ja ich brauche noch mal eine sms bitte okay was nehmen wir denn das schönes wie wärs mit einem bikini ok bikini ist eine coole sache so ich sollte ein auge auf rachel haben hoch oh mein gott geh mal weg geh einfach mal woanders hin rachel bitte schön geh runter oder so oh mein gott so vielleicht können wir miteinander reden hey wie geht's dir wir reden später weiter ich warte jetzt mal dass du eine sms kriegst idealerweise eine schöne peinliche wo du bikini top anziehst du ja da kam schon wieder eine da kommen na 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 oh mein gott vicky du kleine schlampe ich kann mir ich glaube ich nicht glauben dass du mich dazu zwängst ich kann aber diese wette hier nicht verlieren die nächste aufgabe das alles was dann kommen wird ist wahrscheinlich noch viel schlimmer als das jetzt hier so okay machen wir weiter also bikini top bitte drei zwei eins so fliege haben hier good thing i just came from the beach night my bikini top oh mein gott es ist so heiß hier drin wie gut dass ich direkt vom strand gekommen bin und dass ich meinen bikini top an habe hey gute sache für mich okay so langsam kriege ich die leute hier so ein bisschen nackt okay was machen wir denn jetzt hier na das ist doch mal richtig toll hier immerhin die nächste die sich so ein bisschen entblättert hat es ist ja schon mal ein anfang okay kathrin wir hätten da noch so ein paar wünsche warte mal erst mal die tür zu machen klack so kasseln lass uns mal reden die internet down i can't send any more messages without a wifi connection and more importantly i can't check my email i'm out of data on my plan this fucking sucks oh okay es sieht so aus als ob das internet weg ist ich kann keine weiteren nachrichten nachrichten ohne wlan verbindung senden und vor allem kann ich meine e-mails nicht checken ich habe außerdem keine mobilen daten mehr über mein handy vertrag das ist verdammte scheiße unser beider willen ich werde mir was ausdenken okay wo ist denn hier so das internet ding oh shit wo war denn hier der router die haben ja doch bestimmt irgendwo guter ich gucke mal unten ich glaube der war unten irgendwo ja so ein shit aber auch wo ist denn hier der router gucken wir doch mal vielleicht im wohnzimmer haben wir den hier irgendwo oder nee hier ist lauter zeug nee das sieht ja nicht so guter mäßig aus dass das hier ist ein tablet okay okay das war es offensichtlich nicht ist hier vielleicht ein router hier liegt nur der toaster okay hier liegt der toaster okay also hier haben wir pc ach blödsinn da wollte ich doch gar nicht hin hier ist auch kein router in dem schrank hier ist nur das ganze bier okay verdammt wo ist denn hier der router wo habt ihr euren router hingestellt mädels ist hier irgendwo einer das sieht hier nie aus wie ein router scheiß wo ist das teil dieser foafinger der ist echt gut wer hat das ausgestellt wahnsinnig okay nein das sieht hier jetzt auch nicht nach router aus insofern verdammt mist wo haben die denn ihren router bei den muss man ja sowieso irgendwo im haus haben hier ist auch keiner bin ich so doof habe ich den schon mal irgendwann entdeckt router pot 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 was denn motor öl nee das mal lass mal gut sein vielleicht ist er doch irgendwo und ich habe ihn einfach übersehen gucken wir doch mal ich schaue jetzt erst noch mal in dem büro hier also hier ist definitiv keiner hier oben auch nicht hier ist der safe was ist das hier wo das oh das ist der router okay untersuchen es sieht so aus als ob das der hauptrouter ist der das gesamte haus mit wlan versorgt okay naja wenn das internet nicht funktioniert machen wir das dinge einmal aus und dann machen wir wieder an und hoffen wir mal dass die leitung das funktioniert bei mir immer wenn das wlan ausfällt oh hey das internet geht wieder toll ich hatte schon entzugserscheinungen ich bin gut ich bin so voll der techniker ich habe das internet wieder zurückgestellt oh man super ohne mich würde die welt hier voll untergeht zumindest katharines welt würde untergehen weil sie kein internet für handy hat warte mal so wo ist sie denn jetzt kathrin kathrin wir haben noch ein bisschen was zu tun naja kathrin ja komm da drüben sitzt die gute rachel wir sind noch nicht fertig mit ihr aha gehst du wieder nach oben bist du ein braves mädchen ich finde das so gut so okay dass das ist auch ist auch kein thema die genie sind ja ich brauche noch mal eine s&s bitte ich fordere ich ich fordere dich dazu auf deine tippen dem süßesten kerl auf der party zu zeig und führe mich nicht in versuchung die anderen sachen sind nämlich nicht halb so witzig so bikini top tanzen und die hose für den rest der party ausziehen naja ich weiß ja nicht okay hier ist keine rachel dann nehmen wir mal das hier okay sie macht es hier stand die ashley jetzt muss ich mal gucken wo ich wo ich rachel finde rachel 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 ich habe die überraschung für dich oh mein gott das wird so peinlich rachel wo bist du ich möchte dich doch gerne ausziehen genauer gesagt ich möchte dass du dich für mich ausziehst oh hier ist medicine ja ja ich gehe schon hier vorbei dann lasst du dass du mich mit wo ist sie denn ah wo ist sie denn ich habe das handy verdammt rachel oh mein gott wiki du 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 kleine schlampe okay also sie sagt noch mal dasselbe wie vorher wo ist sie denn rachel rachel ich bin der süßeste typ hier auf der party verdammt wo bist du hoch patrick nicht mich stalken rachel ich möchte dich doch gerne nackt sehen hallo rachel schön dich zu sehen hey kommst du mal einen moment mit ich möchte dir was zeigen na klar okay oh sie hat echt schöne tattoos hier auf dem rücken das sind vögel oder sowas okay ich bin gespannt was ich jetzt hier zu sehen kriege so rachel was was möchtest du mir denn zeigen dieses spiel ist so bescheuert echt ja wir stehen direkt unterm licht das habe ich habe gleich eine gute sicht also ja meine freundin hat mich jetzt gezwungen blank zu ziehen vor dir das machte doch nichts aus ja zeig es uns baby und hey warte woher kennen mich deine freundin ich nehme mal das hier okay warte mal näher kann ich leider nicht kommen also sie kennt dich nicht persönlich aber sie sagte mir ich sollte vor dem süßesten typen hier auf der party blank ziehen und naja das bist du oh danke wiki na dann ich warte okay sie macht das tatsächlich aber nur sehr kurz das ist alles was du bis jetzt kriegst ich mag den für jetzt teilen und wir sehen der lustbalken geht auch nach oben okay das ist nicht so gut dankeschön rachel das war mir wie immer ein vergnügen oh mein gott ist es so kaputt es ist einfach so ein kaputtes spiel oh mein gott okay so dann muss ich jetzt mal gucken ob ich die gute kathrin wieder finde damit sie noch mal eine sms schickt vielleicht kriege ich sie jetzt dazu mit mir irgendwelche dinge zu tun oder ihre hose auszuziehen oder sowas also patrick du tanzt echt als wärst du auf lsd ist es so schlimm so gucken wir mal kathrin 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 ich habe arbeit für dich wo steckst du ja hier hier ist sie nicht abhauen kommt da noch jemand nee ich glaube nicht okay ich fordere dich dazu auf deine hose auszuziehen oder das bikini top ich glaube mal ich nehme jetzt erst mal das mit der hose weil ich glaube das ist jetzt ein bisschen weniger war also ich denke mal ich nehme das jetzt hier aber wenn sie dann da unten die ganze zeit nur tanzt da habe ich ja nichts von okay wiki ist ja schon ein luder das die ganze zeit die arme arme rachel ärgert wo ist sie denn rachel rachel nicht abhauen och mensch wo ist sie denn jetzt schon wieder hin ah ja hier hallo rachel ich bin zufälligerweise immer in deiner nähe wenn du irgendwie sms kriegst du wunders ich da überhaupt nicht drüber oder so gar nicht da bin ich mir ziemlich sicher ach ich gucke einfach dieses coole bild hier an genau na 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 Okay, sie freut sich jetzt wieder nicht darüber, dass sie noch mehr Dinge tun muss. Okay. Oh, jetzt ist sie schon ziemlich nackt ausgezogen. Eieiei, sehr sexy. Also man muss ja schon sagen, ihr steht dieser Bikini. Ich finde den schon ziemlich schick. Kann man echt nichts zu sagen. So. Okay. Dann hat sie jetzt ihre Höschen ausgezogen. Also ihre Hose. Und da kommt schon die gute Catherine. Ich glaube mal, die versuche ich jetzt hier erstmal wieder aus der Sache rauszubringen. Hey, wie geht's dir? Hey, ich hab deine Freundin irgendwo gesehen. Wenn die hier oben rumläuft, dann kriegst die zu viel mit. So, geh doch mal nach unten. Ich suche so lange die gute Catherine. Catherine, ich hab Arbeit für dich. Wo bist du? Och, jetzt rennt die hier schon wieder weg. Catherine? Ah, ach Mann. Es ist doch altkreuz, hier die ganze Zeit den Weibern hinterherrennen. Catherine? Catherine? Gibt's das? Hat die sich jetzt hier irgendwie ver... Hm. Oder ist sie wieder hoch? Bah. Klonk. Wups, ich renn hier schon gleich mal erstmal alle Leute um. Catherine? Wo bist du? Ah, hier ist sie. Okay, super. Lass uns reden. Äh, yep. Ich brauch noch mal eine SMS. Okay, keine Rachel im Anmarsch. Äh. Oh, Gott. Privaten Ort finden, dich ausziehen und dann masturbieren? Das ist ein bisschen echt hart. Draußen völlig oben ohne rumzulaufen, ist auch ein bisschen blöd. Äh. Oh ja, das, das find ich gut hier. Okay, gib mir ein bisschen süßes Message. Weil ich bin ja der süßeste Kerl. Ich habe da ein natürliches Interesse daran. So, mal gucken. Wo ist sie denn? Ich hoffe, sie ist da unten irgendwo. Ah, da, 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 da. Äh. Okay. Rachel? Rachel? Oh, da ist sie ja. La, la, la. Ich wollte nur mal kurz zum Pool. Und dich aus der Ferne anschauen, wie du hier in deinem süßen Bikini durch die Gegend läufst. Hi. Ich gucke dich immer wieder gerne an. Ich glaube, sie freut sich jetzt nicht so sehr. Oh, verdammt, Vicky. Du zwingst mich jetzt wirklich dazu? Oh, herrlich. La, la, la. Ich stehe hier und gucke die Blumen an. La, la, la. Es sind schöne Blumen. Hey, do you mind following me for a minute? I wanted to show you something. Äh. Tja, soll ich wirklich? Na klar. Haha. Okay, ich folge dir. Ah, okay. Wohin folge ich dir jetzt? Wieder in den Garten? Okay. Sie hat doch überhaupt nichts dagegen, hier durch das Gras und durch die Büsche zu laufen. Ja, okay. Dann ziehen wir jetzt hier mal so ein bisschen, ähm, ne? Hey, so my new dare is to get completely naked in front of you. You don't mind, do you? Okay, also, ähm, meine neue Herausforderung ist, dass ich mich vor dir komplett ausziehe. Du hast doch nichts dagegen, oder? Naja, wenn es dir hilft, die Wette zu gewinnen, dann kann ich das vermutlich für dich tun. Ja, ich, ich bringe dieses harte, grausame Opfer. Du bist ja so der richtig strahlende, der, der, der weiße Ritter. Äh, du hast 30 Sekunden und, ähm, ne? Los geht's. Auf geht's, Mädel. 30 Sekunden, Vicky. Äh, Quatsch, Vicky. Oh, also sie, sie zieht sich auch einfach mal kurz eben so aus, ohne dass man in irgendeiner Form Bewegungen sieht. Das würde ich auch gerne können. Morgens kurz in die Klamotten reinschlüpfen, einfach so, wupp, zack, weg. Äh, oh man. So, das sind jetzt hier tolle 30 Sekunden, hoffe ich mal, die wir sehr genossen haben. Und, äh, ja, Rachel, danke für diesen Einblick. Okay. Also, das ist alles, was ich bis jetzt kriege. Ich mag den für jetzt Teil. Oh mein Gott. Ha, okay. Das, ähm, ja. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was jetzt noch für Herausforderungen warten könnten, die ich hier antun kann. Mal gucken. Äh. Irgendwie tut sie mir ja schon leid, weil sie die ganze Zeit diese Scheiße macht und glaubt, dass ihre Freundin die Sache hier verbockt hat. Äh, okay. Warten wir mal ab. Schauen wir doch mal, was ich, ähm, hier so tun kann. Äh, lalalalala. Kathrin. Hallo Kathrin. Äh. Äh. Äh, äh, jep. Sure, just tell me what you want the message to say. So. Draußen völlig ohne, ohne rumlaufen, privaten Ort finden, dich ausziehen und dann zu masturbieren. Okay. Äh. Okay, give me a few minutes and I'll send this message. Okay, wo macht sie das dann wohl? Ich frage mich ehrlich gesagt. Hm. Ich, ich gucke mal, wo sie, wo sie langkommt. Rachel? Hm. Also, sie, sie tut mir langsam wirklich leid. Ganz ehrlich. Oh, sie hat ihr Handy hier im, im Pool an. Aha. Mal schauen, ob sie sich freut, äh, von, von mir zu hören. Christ, Vicky. Where do you come up with this stuff? It's like you have the mind of a perverted game developer. Hahaha. Okay, sie, sie regt sich jetzt wieder über ihre Freundin auf. Na, das kriegst du aber hin. Okay. Jetzt einen privaten Ort suchen. Und dann, äh, mit der guten, ähm, ne? Ein bisschen Spaß haben. Okay, wo geht sie jetzt wohl hin? Irgendwo, wo es still ist? Ich folge dir. Ganz unauffällig. Oh mein Gott. Es, es funktioniert tatsächlich. Es macht das wirklich. Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott. Es ist so bescheuert. Ich, ich, also eins habe ich daraus gelernt. Fange niemals eine solche Wette mit einer Freundin an, weil SMS können gehackt werden. Und dann geht die Sache irgendwie schief. Ich gehe hier nur zufällig in den anderen Raum. La, la, la. Oh shit, wo ist sie denn jetzt? Ah. Äh. Okay, okay, okay. Oh shit. Äh. Mist. Sie, sie geht hier rein. Oh. 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 Fuck, sie hat die Tür abgeschlossen. Nun ja, einfach so rein zu platzen würde ich sich jetzt nicht bringen. Ich frage mich, ob es irgendeinen anderen Weg gegeben hätte, da rein zu kommen. Scheiße, da hätte ich gewusst, dass es in diesem, dass es hier drin sein würde. Ähm, hätte ich mich definitiv in diesen, äh, extra, äh, in die Ecke da reinschleichen können. Scheiße. Naja, offensichtlich hat sie jetzt gerade aber sehr viel Spaß. Ähm, das gönnen wir ihr jetzt mal. Hahaha. Okay. Ja, ähm, ne, Rachel. Äh, ich, äh, ja, genieße es mal. Okay. Ich, äh, würde sagen, sie hatte sehr viel Spaß. Verdammt, und die Tür ist zu, das ist fies. Hahaha. La, 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 ich, ich stehe nur ganz zufällig mit Amy hier. Hm. Wenn sie jetzt hier gleich wieder rauskommt, ne, dann wissen wir, sie hatte offensichtlich Vergnügen. La, 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 la. Okay. Ja, da kommt sie jetzt auch gerade. Ja, wir reden hier nur. Bla, 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 bla. Hallo, Rachel, wie, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Hahaha. Ah. Okay, wir hatten sehr viel Spaß mit den SMS. Mal schauen, was ich da noch so alles tun kann. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Vielleicht kriege ich sie dann dazu, mich flachzulegen, weil ich bin ja der süßeste Typ auf der Party und ich habe überhaupt nichts mit dieser komischen Wette zu tun, die sie da mit Wiki-Wixen laufen lassen. Hahaha. Oh mein Gott. Puh. Schlimm. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Äh, ich hoffe, ihr hattet dieses Mal auch wieder ein bisschen Spaß mit diesem Spiel. Und mal gucken, was noch so alles passiert. Macht's gut, ihr Lieben. Bis denn. Und tschööö.